Hallo Leute, herzlich willkommen zur Filmbewertung von dem Film Thor Love and Thunder. Worum geht es in diesem Film? Unser guter Thor bekommt es mit dem Gore, der Götterschlechter zu tun, gespielt von Christian Bale, der durch ein magisches Schwert die Aufgabe hat, alle Götter zu töten, weil ihm Götter nicht geholfen haben, obwohl er sie immer mit Respekt behandelt hat und sie angebetet hat. Das ist der Grund, warum er sich vorgenommen hat, jetzt jeden Gott, den er findet, zu töten, bis alle tot sind. Soweit ist das die Story. Unser Thor hat natürlich auch wieder seine alte Weggefährtin wieder getroffen, Jane Forster, die unheilbar an Krebs leidet. Und ja, sie versucht natürlich am Leben zu bleiben und sich zu heilen, aber ihre Chancen stehen nicht schlecht, bis etwas ganz Interessantes passiert. So ungefähr kann man das alles zusammenfassen. Es kommen ein paar interessante Gastauftritte vor, die sind sehr, sehr lustig teilweise auch und so. Und Positives kann man zu dem Film sagen, der macht Spaß, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Dazu komme ich gleich nochmal. Natürlich Chris Hemsworth und Natalie Portman, das sind etablierte Schauspieler, aber Christian Bale, der setzt sowas nochmal eine Schippe drauf. Also egal, welche Rolle ich ihn bisher gesehen habe, egal, welche Rolle er gespielt hat, der Typ ist einfach der Hammer. Also der setzt die Sachen alle so super um. Der Hammer. Natürlich haben wir auch wieder Tessa Thompson als Valkyrie natürlich dabei und so. Alles soweit ganz gut. Die CGI fand ich auch ganz okay in dem Film. Natürlich wieder viel Greenscreen, natürlich wie man es von Marvel halt gewohnt ist. Aber alles in allem ist der Film gar nicht schlecht, kann man positiv soweit sagen. Negatives gibt es natürlich auch. Und zwar finde ich den Film an manchen Stellen ein bisschen zu albern. Da kommen teilweise Figuren vor, die nicht nur unrealistisch aussehen, sondern auch in den Film gar nicht reinpassen, rein müssen, wie auch immer. Also da sind so ein paar Sachen, wo ich mir denke, ja, nee, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also das hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Aber ja, das ist auch so mit das Einzige, dass da wirklich so ein paar Sachen sind. Und der Film ist auch für Marvel-Verhältnisse sehr kurz. Der geht nämlich so um die zwei Stunden. Und natürlich wie bei jedem Marvel-Film lohnt es sich natürlich sitzen zu bleiben. Das ist ja mittlerweile schon kein Spoiler mehr. Ja, das ist so ungefähr das, was ich zu Thorloff und Thunder zu sagen habe. Den Film kann man sich auf jeden Fall angucken. Der macht sehr viel Spaß. Der macht auch sehr viel richtig, muss ich sagen. Und ja, damit kann man schon richtig gut Spaß haben. Wie gesagt, also viel Sitzfleisch braucht man da auch nicht. Da braucht man nicht Angst haben, wie zum Beispiel bei Avengers Endgame oder irgendwie sowas mit zwei Stunden. Das ist ja eine ganz akzeptable Länge. Was natürlich auch heißt, dass sie sich für manche Handlungsstränge dann nicht so viel Zeit nehmen und nicht alles ins kleinste Detail ausklamüsern. Aber es muss ja auch nicht immer sein. Es muss ja auch nicht immer sein. Manche Sachen kann man sich ja auch dann denken und so. Also von daher ist das ja alles gar nicht so schlecht. Und welche Bewertung den Film ich gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wo ihr euer Urlaubsgeld lassen könnt. Immer im Shop. Und ja, kommen wir zur Filmbewertung. Ja, wie gesagt, der Film macht Spaß. Der Film hat interessante Charaktere. Etablierte Schauspieler wie Chris Hemsworth und so geben natürlich ihr Bestes. Aber Christian Bale ist einfach tipptopp. Der ist einfach der Hammer. Und ja, wie gesagt, als Abstriche nur diese komischen Charaktere, die da drin sind, die nicht da reinpassen, rein müssen und ein bisschen drüber waren, was der Humor angeht. Aber ja, das ist auch alles ein bisschen Geschmackssache. Somit gebe ich den Film. Solide 4 von 5 Totenköpfen. Also geht in den Film rein und habt Spaß. So, nächste Woche gehe ich in den Film von Monsieur Claude. Muss eine französische Komödie sein. Ich kenne die Filmreihe, falls es eine ist, nicht. Ja, gucke ich mir mal an und dann sage ich euch nächste Woche, was ich davon halte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.